ARD Text im Auftrag von Funk Was? Das hat nichts mit dir zu tun Äh, der meint ständig irgendjemand mir schreiben zu müssen. Ähm, nur kurz als Information, bisschen in der Aufnahme, falls dementsprechend was sein sollte. Ne, ne, passt schon. Ähm, das war doch hier drei entfernt, ne? Drei Glöcke und dann kam dieses erste Tor. Genau. Seht es mal selber aus, bevor ich da mal frage. Ähm, hast du mich nicht gehört? Ich hab gesagt ja genau. Genau. Und es, äh, die Tore waren nur drei breit. Ah, wer? Hat er auch gehundert. Haben wir die jemals schon als Klauchton gesehen? Nö. Einen sowieso nicht. Du bist Feind. Ich zurück. Du bist Feind. Von mir schon. Ja, aber ich schick dich jetzt nicht zu mir ins Haus, äh, in mein Haus und an meine Kiste ran. Wenn dann hol... Wieso mal da hin? Ja, ich schick dich da aber nicht jetzt nicht hin. Da kannst du jetzt noch ungefähr... Na, lass es mal grob eine Minute sein, weil dann muss ich selber zum Haus. Ja. Aber dann würde das Ganze ja so aussehen. Das hab ich so eigentlich nicht in Erinnerung. Mit den Abständen. Kleinen Moment, ich bin jetzt grad hier in meinem Rhythmus drin. So, entschuldige. Ja, dann... Ich dreh mich gleich zu dir um. So, jetzt. Na doch. Genau so sah das aus. Und die Zäune waren drei hoch und noch eine Spitze oben drin. Ja, aber waren die Dinger nicht zufälligerweise breiter? Ne. Weil irgendwie kommt's mir so vor, als hätten wir das so gemacht. Also ich wäre auch noch... Nein, es waren nur drei. Eins, zwei, drei. Ich... Ähm, dürfte ich dich dann auch noch kurz bitten, dann, wenn du dabei noch gemacht hast... Ähm, hier die vier Quarzstufen noch hinzumachen. Quarzstufen? Ja, vorm Tor. Achso, ja, 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 das machen wir auch noch. Entschuldigung. Ist schon fertig. Du kleiner Schlingel, du! Ich weiß es. Wow, er weiß, was Schlingel ist. Janik, war das jetzt dein Ernst? Oh. Sind wir etwa schon fertig? Du kannst dir... Du kannst dir gleich dein Closedone abschmieren. So. Mann, ich fühl mich, als ob ich hier den anderen dabei hätt. Ich hab noch nicht auf der Fruchtstufen. Also wenn ich dich jetzt irgendwo von der Burg aus, ähm, hier... Irgendwo an der Burgsee. Ja, aber du sollst hier nicht rein spannen. Das ist wie die LWD dahinter. Ja, aber du sollst hier nicht rein spannen. Jannik, sag auf Wiedersehen zu dem hier. Tschüss. Tschüss. Na, guck mal her. Kleinen Moment, mein Nachbar weiter mit dem Party machen. Meine Fresse, ey. Das hier... Ja, ähm. Ja, willkommen hier bei Minecraft, bla 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 bla. Ähm, ja, bevor ich mich aufreg. Aber ich denk mal nicht, dass man es irgendwie gehört hat. Naja, kommt drauf an, wie es ein Mikrofon ist. Och, Bigfoot, dein Ernst jetzt? Ja? Was ist denn... Dein Ernst jetzt? Was denn? Dass ich jetzt hier nicht mehr reinkomm? Ah, du musst du ganz lieb bitte sagen. Hätten sie gerne. Da mach ich mal auf, ja? Sehr zuvorkommend. Herr Bigfoot. So. Oh kacke, wie hatte ich denn das gemacht? Einmal so. Ja, genau so hatte ich das. So hatte ich das nicht. So. Ich schreib gerade eine Nachricht. Dann... Okay. irgendjemandem. Lass uns, nicht nur noch mehrere Schritte. Gute. Nichts, nicht nur noch. Nö. Gute. 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 Mann, ich und Quarz, wir werden nie wieder Freunde. Ähm, irgendwas stimmt hier nicht. So. Äh, aber nur was ist. Und die ist weg. Nö, ich bin noch da. Hm? Rinn? Ich bin noch da! Also warte mal, kannst du bitte kurz mitkommen? Wer? Ja. Also müsste ich dann hier quasi die Spitze oben draufsetzen. Richtig verstanden? Also auf dieses Ding. Genau, in die Mitte. Okay. Dankeschön. So. Wo darfst du denn Scharf scheren? Von mir aus. Du bist gut. Was ist denn zuerst? Ja. Diamantenbusch auf. Hallen. Sack. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich sehe hier gar nichts mehr. Ja, und da ich vorher nicht aufgepasst habe, darf ich das jetzt wieder ausbessern. Ich bin doch so ein Vogel. Ich habe den gleichen Fehler wie bei den anderen drei Türmen gemacht. Ja, ich habe hier das Teil, damit ich weiterbauen konnte, oben habe ich nicht mehr raus gemacht und habe daraufhin weitergebaut. Sprich, die Türme innen drin waren zu eng. Also der Durchmesser war kleiner. Also, dass ich jetzt natürlich hier oben drauf super alles sehe. Das ist mir egal. Der ist beurlaubt. Der ist beurlaubt. Beurlaubungsdauer, Dauer des Projekts. Oh. Es tut mir aber jetzt leid, dass es regnet. Das kann ich aus dem Problem. Ich arbeite auf dem Dach. Also, Gurdl, wir haben mit der Höhe auf jeden Fall etwas weitergemacht. Dann, ähm... Ich habe gerade Kettenspiele mit Feuerschuss 3,4,4,3 bekommen. Also, mit der Höhe stimmt auf jeden Fall etwas nicht. Warum? Was ist jetzt schön in Ordnung? Weil, wenn du dir das Ding genau anguckst, müsste das genau so stimmen. Aber, du musst dir da nochmal, ähm... ...nochmal eine, ähm... ...ja, nochmal eine Reihe Stein draufhauen. Ja, passt doch. Ja, das war ja vorher nicht so. Freilich war das so. Es waren nach oben waren es zwei und nach unten war es eins. Ah, okay. Ja, ja. Jetzt darf ich mich wieder hochbauen. Der ganze Ding ist mir gerade hoch. Da kommt zu gar nichts hier, Heilandsack. Kann ich dafür? Ich will es doch schon gut machen. Also, das ist mein Spruch, ja? Halt du nicht geschlossen. Heilandsack ist Copyright bei Google. Ja, und was ist mit Yay? Das hat mich auch schon jemals eh dann geklaut. Ja, da war kein Copyright drauf. Ah ne, ist klar. Und das muss ich dann jedes Mal sagen. Yay, Copyright. Ja. Ah ne, ist klar. Ich darf ja auch nichts anderes zu tun. Nö. Copyright bei Bigfoot. Yay! Copyright bei Bigfoot. Alter! Dein Ernst! Hahaha. Dann würde ich ja noch mehr, ähm, hier in Luft verbrochen, als das Ganze eigentlich wert ist. Ja, dann lass es einfach. Naja. Hab mir ja jeder in den Spruch. Naja, hatte ich schon jeder. Oh, ich muss was essen. Oh, ich muss was essen. Alter. Du hast einen neuen Trend zu dem gerufen. Den Yay-Tramp. Alter, hier passt was nicht. Ich hab's von vorne reingesackt. Da passt was nicht. Alter, was ist denn jetzt schon dein Problem? Ah, hier ist ne Weint reingezogen. Da hab ich selber da reingehaut. Dein Ernst jetzt? Ach, nee! Oh, du brauchst da nicht mal runter springen. Hallo? Nö, hätt ich jetzt eh nicht gemacht. Ich hätt mir das jetzt von oben angeguckt. Pfff. Weißt du, kommt hier nicht mehr zur Hilfe, ey. Nö. Was hätt ich von dir zum Beispiel nicht erwartet. Was hätt ich von jeden anderen Menschen in der Welt erwartet. Aber nicht von dir. Na, siehst du. Wunder geschehen immer wieder. Nö. Nö. Ich muss nicht wirklich was dazu sagen. Zu spät, jetzt hast du schon was gesagt. Hohohoho. Hm. Tipptipptipp. Mach einfach meine Arbeit weiter, ja? Ja. Nein. Ja. Machst du hoffentlich gut. Mach meine Arbeit immer gut. Mach meine Arbeit immer gut. Ja. Ja. Der Kudel kann nicht böse sein. Ja. Also pass auf, ja. Nichts. Machst du deinen Träumen. Und das willst du nicht wirklich. Ich muss eh schon ständig von dir träumen. Ich hätte schon dafür sogar Schlaftabletten. Aber die helfen uns. Schade. Nö. Mundträume. Hahaha. Nein. Doch. Nein. Doch. Alles nicht. Ganz sicher. Alter, wollen wir jetzt die ganze Aufnahme lang wegen sowas streiten. Ich streite nicht. Ich hab nur recht. Ja, warte mal. Nein. Doch. Alter, mit der Antwort hab ich jetzt nicht gerechnet. Hahaha. Kannst du mal aufhören zu regnen in Highlandsfax? Nö. Ich hab kein Bett hier. Ich hab kein Quarz hier. Ich hab kein Quarz hier. Ich hab kein Quarz mehr. Ja, durch ne Angsthühe. Ja, durch ne Angsthühe. Also das könnte man zum Beispiel bei meiner Statue sagen. Deine Statue hat Angsthühe. Okay. Hey. Heißt du, du hast Angst, wenn du das Ding anguckst? Nö. Nö. Wenn ich das Ding anguck, krieg ich einen Lachkampf. Aber ist okay. Ah, du. Deswegen guckst du's nicht mal an. Ja, das ist an. Ja, das ist an.